Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals Tech-Check. Und heute geht es mal um ein USB-Ladegerät und zwar von Rave Power. Hier ist es schon vor mir, es ist das Unboxing-Video. Es handelt sich hier um ein 40 Watt USB-Ladegerät und es zu einem sehr moderaten Preis von gerade mal 15 Euro. Wer das nicht mehr darüber wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück liebe Technikfreunde, heute geht es mal wieder um ein Ladegerät, wie schon vor dem Intro angekündigt. Und zwar habe ich jetzt hier auf Amazon ein sehr gutes und günstiges Ladegerät gefunden und zwar das Rave Power 40 Watt USB-Ladegerät mit 4 Ports. Hier ist es schon, heute gibt es das Unboxing dazu, wir werden es also mal ganz genau anschauen und auch mal gucken, ob es einem Preis von 15 Euro gerecht wird, was natürlich hier schon sehr günstig ist. Wie gesagt, wie immer verlinke ich euch das Ladegerät unten in der Videobeschreibung als Affiliate-Link. Da könnt ihr mal draufklicken und es euch nochmal nebenher anschauen, wenn ihr dazu noch ein paar mehr technische Daten haben wollt. Ich würde sagen, wir fangen heute wieder mit dem normalen Kartonnage-Aufdrucken an. Wir schauen uns also mal, wie die Verpackung aussieht, dann werden wir es auspacken, das Ladegerät und dann werden wir es uns jetzt einfach mal nochmal genau anschauen und ich werde natürlich auch nochmal die technischen Daten dazu etwas nennen. So viel gibt es hier nicht zu sagen, das meiste habe ich ja hier schon von weggenommen. Wir haben hier also 40 Watt und 4 USB-Anschlüsse. Nichtsdestotrotz wollen wir es uns jetzt mal ganz genau anschauen. Es kommt hier so unscheinbar daher, hier ist auch gar kein Aufdruck drauf. Ich habe hier unten immer mein Schweizer Taschenmesser hier abgelegt, das lege ich mal hier zur Seite. So sieht es also aus von der Verpackung her. Rave Power ist der Hersteller. Power Your Life steht hier. Da haben wir auch nochmal so ein kleines, ja nettes Bildchen. Sieht der sehr hübsch aus. Hinten ist schon etwas mehr drauf. Und hier haben wir einen kleinen Barcode. Hier haben wir verschiedene Adressen. Und zwar in Amerika, in der EU, dann haben wir hier den Hersteller. Der ist natürlich hier in Shenzhen, in China ansässig und da auch noch eine Adresse drauf. Wir haben hier verschiedene Zertifizierungen. Das passt eigentlich alles hier für den deutschen Markt. CE-Kennzeichen ist auch drauf, ganz wichtig. Ansonsten hier nochmal das Modell. Das handelt sich hierbei um das RPPC 026. Drehen wir es mal hier um. Ah, so sieht es schon besser aus. Also 40 Watt, 4-Port USB, World Charger EU. Also wir haben hier ein sehr kompaktes Gerät. Wir gucken mal, was hier noch drauf ist. Ein kleiner Bubber ist auch drauf. Und dann haben wir hier die Farbe Weiß. Den gibt es also hier in zwei unterschiedlichen Farben. Schwarz und Weiß. Hier ist die weiße Variante. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich würde also jetzt mal sagen, wir packen das Ding mal aus und schauen uns das Ding mal ganz genau an. Öffnen wir das mal hier in aller Ruhe. Na, das geht immer ganz schwer. So, zack. Dann holen wir es uns auch schon mal raus. Hier kommt uns schon einiges entgegen, wie ihr hier sehen könnt. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Nettes dabei. Ja, hier haben wir so ein kleines Heftchen dabei. Und dann haben wir hier schon so ein Garantieheftchen. Hier sind auch die Support-Adressen drauf, also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Und hier könnt ihr schon sehen, wir haben hier zwölf Monate Gewährleistung. Und wir können hier 180 Tage das Ding komplett kostenlos umtauschen. Hier haben wir auch einen Customer-Support, also einen Kundensupport drin. Ja, ansonsten gibt es ja noch ein paar Adressen. Facebook, Instagram, die sind ja auch alle vertreten. Hier noch ein kleiner Barcode. Und das war es auch. Ich lege das Ding mal beiseite. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht. Hier ist eine kleine Anleitung mit dabei. Die schauen wir uns jetzt auch mal kurz an. Mal gucken, was da so mit drauf ist. User Guide 4 Port. Mal gucken, ob es hier auch in Deutsch was gibt. Das wäre jetzt sehr schön. Ah, schaut her. Wir haben hier sogar verschiedene Sprachen. Das finde ich schon mal sehr gut, dass das Ladegericht ja auch in Deutsch mit so einer Anleitung kommt. Wir werden also hier mal uns kurz das Deutsche hier durchgucken. Spezifikationen. Was haben wir jetzt hier also genau? Wir haben hier das Modell, habe ich euch vorhin schon erklärt, RP-PC026. Eingang haben wir hier natürlich von 100 bis 42 Volt Wechselspannung. Also wirklich hier ganz normal für die Steckdose. Da müsst ihr also keine Bedenken haben. Wir haben hier eine insgesamte Ausgangsleistung von 40 Watt. Wir haben hier einen iSmart USB Ausgang. Also ja, was heißt hier Ausgang? Das sind Ausgänge wahrscheinlich. Bis 5 Volt maximal 2,4 Ampere jeweils. Da geht also ordentlich Dampftriebe. Da könnt ihr also euer Handy auch in Windows-Eide aufladen. Vorsicht, genau von Hitze, entzündliche Materialien, ätzende Substanzen fernhalten, klar. Von Wasserflüssigkeiten aufernhalten. Und dann nochmal hier natürlich hier eine kleine Garantie schreiben. Hier steht auch nochmal dran, 80 Monate Garantie ist hier mit abgedeckt. Und der Kundendienst wird hier auch nochmal sehr hervorgehoben, dass man sich hier also direkt an den Kundendienst wenden soll. Und ja, hier gibt es immer viel. Hier gibt es noch dann die nächste Sprache, Französisch. Hier habt ihr nochmal so ein kleines Schaltbild, wie das Ding aussieht. Ist also nicht so viel hier mit drin. Wie gesagt, hier gibt es noch die Adressen, falls ihr da wirklich Fragen habt, könnt ihr euch dann an den Hersteller wenden. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ding mal an. Gerade das Design hat mich sehr angetan. Deswegen habe ich es auch gekauft. Sehr modern. Und das gucken wir uns jetzt hier nochmal von der Nähe aus an. Wir schauen mal, hier ist nichts mehr mit der Verpackung mit drin. Wir holen das Ding gerade mal so raus. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wie kommt das hier her? Das kommt ja verpackt in so einer Plastikcase. Und das sieht hier schon mal sehr edel aus. Es wiegt aber auch schon einiges. Also da müssen wir mal nachher gucken, was das hier dann wirklich hier anhubs. Das war es. Ein Satz mit X. Das ist mir gerade runtergefallen. So schwer ist das Ding. Also fangen wir mal an. So sieht das Ding aus. Macht einen sehr wertigen Eindruck. Erinnert mich mehr oder weniger hier an die Apple-Ladegeräte. Daran wird es wahrscheinlich auch angelehnt sein. Hier vorne ein schmaler Stecker. Also gefällt mir recht gut. Da kann man das Ding auch wirklich in jede schmale Steckdose reinstecken. Und hier hinten haben wir die USB-Ports. Vier Stück an der Anzahl. Und wie gesagt, 40 Watt insgesamt an Leistung. Drehen wir es hier mal um. Wir haben hier nochmal ein paar technische Daten drauf. Vorhin auch schon angesagt. Hier die Modellbeschreibung. Vier Port USB. 40 Watt Total. Also die 40 Watt insgesamt. Und wir haben hier 2,4 Ampere pro Port. So. So sieht das Ding aus. Ich würde sagen, wir stecken das jetzt hier mal in eine Steckdose rein. Und schauen mal, wie sich das hier anfühlt. Und da werde ich damit auch mal meine USB-Geräte laden. Was ich hier ganz schön finde an diesen Mehrfach-USB-Ladestationen, ist nämlich einfach das, dass man hier wirklich sämtliche USB-Ladegeräte gleichzeitig laden kann. Weil ich habe jetzt hier schon mein Tablet, mein Handy. Dann habe ich hier noch meine Uhr, die geht auch mit USB, meine Smartwatch. Und ich habe noch mein Fahrradlicht. Also es gibt hier ganz viele Geräte, die man parallel laden kann. Man muss also hier nicht ständig hier warten, dass das eine Gerät voll ist. Ihr könnt damit also hier ordentlich was laden. Schauen wir uns also nochmal hier an, wie das Ding hier in der Steckdose sich macht. In einer Steckerleiste. Und da gucken wir nochmal kurz auch, wie das Ding hier auflädt. Und dann war es eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Aber jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das hier so meine kleine Ladeecke. Und ich werde jetzt mal schauen, wir stecken das Ding mal an. Mal gucken. Hier haben wir nämlich eh diese schmalen Boxen. Und es passt hier eigentlich auch wunderbar rein. Wie ihr sehen könnt, das Ding nimmt hier auch relativ wenig Platz weg, was ich sehr schön finde. Im Vergleich zu anderen Ladegeräten, dass es hier deutlich dicker hat, deutlich weniger Watt. Das Ding leistet gerade mal 0,3 Ampere. Und das Ding, das hier ist bei 2,4 Ampere pro Bord dabei. Also hier stecken wir schon mal ein. Passt auch wunderbar rein. Sieht gut aus. Kann man also hier nicht viel dazu sagen. Oder sich nicht großartig beschweren, dass das Ding hier irgendwie schlecht sein sollte. Von der Verarbeitung her. Das fühlt sich wertig an. Und auch hier kann man es recht gut rausnehmen. Ja, das war es schon wieder zu diesem Video. Ich habe das Ding jetzt hier auch eine kleine Zeit lang getestet. So zwischen 2 und 3 Tage. Ich habe damit auch verschiedene Geräte aufgeladen. Mein Handy war da natürlich hier an Platz 1. Und natürlich auch mein Tablet und alles. Ich konnte alle Geräte saub hier aufladen. Da gab es gar keine Probleme. Den 2,4 Watt Ausgangsleistung ging es auch ratzfatz. Also auch hier hat es sich das Ladegerät gut bewährt. Letztendlich kann man sagen, dass es hier das Ladegerät von Rave Power für einen Preis von 15 Euro durchaus eine günstige Alternative ist im Vergleich zu anderen Ladegeräten. Ich konnte jetzt hier keine Mängel feststellen. Die USB-Ports sind sehr hochwertig verarbeitet. Geht nichts zu schnell rein oder zu schnell raus. Also dass es hier irgendwie ein bisschen zu lose sein sollte. Das Gehäuse finde ich sehr kompakt. Ihr habt hier wirklich ein sehr schmales Design. Hier die USB-Ports. Auch ein sehr hübsches Design. Also gerade für solche Apple-Fans, die hier ein bisschen was in Weiß haben möchten. Was auch wirklich hier einigermaßen gut aussieht und zu den anderen Ladegeräten passt, kann man das hier durchaus nur empfehlen. Mein Fazit fällt also sehr positiv aus. Da kann man hier eigentlich gar nichts falsch machen bei so einem Ladegerät mit 40 Watt. Ich verlinke es euch auch in die Videobeschreibung. Als Affiliate-Link, da könnt ihr jetzt nochmal draufklicken und es euch auch nochmal nach dem Video dann nochmal in aller Ruhe anschauen. Das war es dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Fragen zu diesem Ladegerät beantworten. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen etwas langweilig war, so ein Ladegerät-Review. Ich hoffe dann dennoch, dass es euch was gebracht hat. Ja, das war es dazu. Es tut mich vor allem, wenn ihr in dem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und dann war es das auch wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Pascal. Euer Pascal.